Munition ich sag ja gerade schon dieser Monat vor uns wir kämpfen hier wie jetzt auch nur in Dingsmodus wegen der Muni wenn ich mit beiden machen gleichzeitig schießen verbraucht hat dementsprechend doppelt Muni ja das recht das ist was grüßt rausgefunden da und es sind die wer es sich hält und es ist es ist die mir gespeichert wir sind sehr weit durch und wie ist das immer mit dem 15 hängen geht für die 11 15 müssen sie die auch schon so stark nie Level 50 ich glaube eher weniger 15er ist sie nach so die Gegner passen sich an einem Level an ach so deswegen sind die Stärke als wir und auch wenn man Klaas-Modze fällt mir gerade auf wie der heißt als Doppel-Beserker alle sind jetzt auch schon bei der Brücke müssen also minecart schieben das dauert schon wieder so ein Big-Ass-Surfing Giant-Ass-Surfing das es hat er gehört hat es nicht da er ist schon immer mein Liebling ich bin sie in der romantischen homosexuellen Beziehung wie sie beiden hier muss ich mir Sorgen machen oh fuck oh ja die will diese Hand kennen die wir nicht vielleicht mal ausprobieren wollen um der Kälte sollte sich um die Gegner kümmern ich bin ich bei nicht nur du ich brauche immer noch Hilfe ja du bist irgendwie da oben wir sind hier runtergesprungen ja super Scheiße ich glaube so schnell kommen wir auch gar nicht zu dir jetzt hoch Dankeschön ey versuch lieber die Gegner jetzt zu gehen ich hab mich so lieb ja ich schuldigung wenn du wenn du wenn du alleine dahin gehst ja ich stehe da und er springt runter wundervoll wenn ich mich noch beschäftige oder was das haben wir gar nicht gesehen also ich auf jeden Fall ich stehe die ganze Zeit da ich bin glaube ich einen Schritt nach vorne ich brauche HP die Gesundheit ist so am Arsch warte mal oh ich kann die auffüllen indem ich das mache haha wie geil soo oh Muni oh Level 25 oh ich hab bald Level Up ja ich hab jetzt mit erreicht was ich halt so lästig finde so Sachen wie Varkids und diese und diese Kristallisten kannst du halt nicht wegsnipe das ist das lästige dran ja lassen sich nicht richtig snipen da lohnt es sich einfach nur draufballern und weg da ja deswegen ja ich komm ja 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 du bist ja ein bisschen verrückt ne ja wieso das Ding lebt vor dir noch und du gehst ins Menü ach so ich dachte er wäre tot ne dann hab ich ihn mit einer Granate gesprengt äh scheiße ich kann nicht mehr nachladen ich brauche nie oh fuck oh fuck ey ja ich mag es besser oh scheiße I'm wellish ja ich kann mich nicht bewegen oh kill ich doch den Warmhouse fischer Mann ich war doch dabei ich hab keine Munition hier ich kann nichts mehr machen ich bin da 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 Pyro-Tresher nicht immun gegen äh Explosionsscherden soe Granaten oh oh alter ich kann nichts machen ich kann nicht schießen ich hab keinen Muni mehr da ist es so weit weg ich komme da nicht an euch ran der Warte ich hab ihn selber gleich scheiße man das nicht was schneller der Ehe das selber dauernd das kann ich gewesen sein für ich war das wahrscheinlich stelle ich schaue ich schaue ich schaue so sie sich weglocken um die Götze ich hätte auch als sie sein können und er verrecken müssen jetzt sagen können ihr seid so weit weggegangen dass mir das echt leid tut und ich nie komme HHH es ist ein großer Katalysator Klassenmode MacRomancer Team Elementareffekt Charm bis 25 Prozent magst du den mal nehmen das wäre echt nett nein Minizins MacRomancer Klassenmode hier wenn die Sitz mal ein dann mach ich mehr Damage du weißt aber dass ich Zero spiele oh fuck ganz vergessen das lag der Fresher das ist ja auch ein Slack mit dem Boden versinken ist zum Wustenios ach kennt ihr den noch wen damit hab ich das letzte Mal so genäht Level up warte mal lasst mir mal einen Gegner wenn ihr einen seht kennt er kennt er kennt er kennt er kennt er ich brauche einen Gegner sonst kann ich das nicht zeigen oh abklingzeit bin ganzer Kiste 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 wo ach da wer hält euch fest wo bist du das ist ein dicker Raketen da weil der da rum schimmelt ja so jetzt schaut mal auf den Schönen erkennt ihr das noch der Schöne die große Dinge in eurem Gesicht wenn ich das mache oh fuck oh fuck ey ich wurde das ist der schießt vier Raketen gleichzeitig Leute wie geil ich hab ne Chance drauf wenn ich Leute im Nahkampf töte ey nur weil ich noch am Nachladen war konnte ich dich nicht ach komm das geht schon du bist leider zu weit weg ich kann dir nicht helfen tust du mal aufwand das zu sagen es ist geil wenn ich im Nahkampf wie mit dem Kille werde ich nicht sichtbar ne ich bleibe einfach straight unsichtbar hier ist die Quest trefft mich mal kurz ich bin auf der Toilette kurz oh fuck ey lass mich hier in Ruhe so geil wo bist du denn oh fuck 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 wo bist du denn ich muss wieder ganz zurück ich muss ah komm lass mich hier in Ruhe komm ja das geht mir einfach so witzig also ich bin jetzt bei Mr. Mini ja toll ich bin erst in deine Richtung gerannt jetzt hänge ich hier fest scheiße ich komm ich komm ach scheiße ihr wart ja gleich neben mir what the fuck ey wo bin ich lang gelaufen ja ich hab schon ich komme zu euch ja wir müssen die Lore von hier vorne holen achso wir müssen da sogar lang ja ja oh jetzt ich hab hier auch keine Raketen mehr schade die Lore schicken wo seid ihr denn jetzt schon wieder hier die Lore holen und kristallisten töten wo seid ihr ihr holen die Lore ja hier hinten halt ich geh mal weiter metzeln in der Zeit ich geh mal weiter metzeln in der Zeit ja du weißt schon dass hier viele Gegner sind ne das ist eine alte Daimmaschine wenn du gerade in der Nase geprägt und vermisst hast dass hier Gegner auch nie Raketen droppen ey das ist doch behindert willst du schieben oder die muss man manuell schieben ey die muss man selber schieben und ich meine dann kannst du schieben und ich komme mich mit Mini um die Gegner ja 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 die kristallisten kannst ja ignorieren die greifen dich ja nicht an solang du sie nicht angreißt das ist ja friedlich naja seit wann das denn ich zeig's dir die rollt ja immer schneller ja klar ah der hast du schon angegriffen du weiter ja ehrlich oh mein noches 12 hier so es gibt es aus dem Weg gehen ich schiebe es in drei Städte nicht so dass ich sie hat das Gründer ziehen das ist das ist die Füße hier auch nur ab was zu tun als die Däden hat das Waffen die Räste waren im ersten Teil ist Ja. Und S&S Munitions gab es damals auch noch. Ich muss meine Sniper als normale Waffe benutzen. Ach, hier drin wird so unlustig, Alter. Ja. Also lustig. Ich erfülle meine Aufgabe, la 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 la. Und ich muss schon wieder, nein. Nein, reicht. Bitte, Nachtschleuse erfüllen. Mehr. Noch einer weniger, keine Bewegung. Kiste. Warm kracht beim Ballen, das ist eigentlich immer meine... Infested Warehouse. Was heißt denn infested überhaupt? Warm kracht beim Ballen, das ist meine Performance immer so weg. Keine Ahnung. Na geil. War ich hier nicht irgendwo eine Kiste? Oh, muss da hinten eine karierte Wand. Und das war bei mir damals auch schon so, wie ich das erste Mal durchgespielt habe. Kiste! Raketen gibt's da. Uh. Und Raketenwerfer. Was? Raketen? Ich will haben... Raketenwerfer 2361x3 mit Säure. Ja, lass mich mal mit meinem aktuellen vergleichen. Mann, nervt mich. Der ist sogar schlechter. Aber Raketen möchte ich haben. So, nachladen. Ich nehm ihn mit, weil er blau ist. Ich hab hier wieder Raketenmoni. Dort ist ne Kiste. Springen wir da jetzt runter? Ne, wir sind noch nicht fertig hier. Natürlich, wir sind noch fertig hier. Nein, da wird mir doch mal angezeigt hier oben. Oh. Oh.